im aldi bin ich gerade eben fast rausgeflogen und wurde gezwungen das video zu löschen somit ergibt sich nur was anderes sky jetzt noch mal schnell auf pause so jetzt geht es weiter ja Musik Wo haben die noch die Batterien liegen? Ach, da gibt es ja auch die Batterien, genau die habe ich besucht, ach schade, die gibt es noch größer. Okay. Ja, das war Pech. Ich hoffe man hat die Security gesehen. Fuchs, du hast die Batterien gestohlen. 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 Fuchs, du sind wieder da. Guck'n, wie lange ich hier noch auf dem Parkplatz bleiben darf. Guck'n, wie lange ich hier noch auf dem Parkplatz bleiben darf. Guck'n, wie lange ich hier noch auf dem Parkplatz bleiben darf. Ja, und das war's jetzt erstmal. Fünf Minuten.